Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist der komische Kerl vom Marktplatz Das war also Frankensteins Monster Wer sind Sie? Ich weiß es nicht Wer sind Sie? Vielleicht ein Freund Das sind Draculas Nachkommen Er will sie aufziehen Aber sie werden tot geboren Für mich sahen sie nicht tot aus Jedenfalls nicht, bis sie explodierten Er erweckt sie mit Vatersmaschinen zum Leben Genau wie es mein Vater mit mir getan hat Aber sie halten nicht lange durch Er braucht einen lebendigen Energieleiter Velkan Ja Aber der Wehrwolf ist zu sehr Mensch Und nicht genug Monster Deshalb darf Dracula mich niemals finden Ich bin das Monster, das er braucht Ich habe viele Monster gesehen, mein Freund Glauben Sie mir Sie sind kein Monster Ihre Worte sind freundlich Aber falsch Ich bin ein Produkt der Wissenschaft Und wie könnte Wissenschaft Und wie könnte Wissenschaft eine Seele einschaffen? Oh nein, nein Dracula darf nicht erfahren, wo ich bin Er darf es nicht Er wird es nicht Nein, sie verstehen nicht Seine Augen sind die Wehrwölfe Er sieht, was sie sehen Ja, nächste Mission geschafft Wir haben einiges erfahren, was Frankenstein angeht Beziehungsweise was Dracula angeht Ach, die Munitionsanzeige kann man auch noch erhöhen Ach du Scheiße Dann sollten wir das vielleicht mal tun, wa? So Gut, dann wollen wir mal in die nächste Mission, wa? Mensch, haben wir es ja doch noch geschafft Freut mich Burg Frankenstein, mein Sohn Beherbergt Draculas ehrgeizigste Pläne Es ist der Ort, an dem er seine Nachkommen schafft Zu erwecken trachtet Sie müssen die Burg stürmen Und seinen Klauen entreißen Mission 7 Witzigerweise, oh Witzigerweise dachte ich schon in der Letzten Aufnahme Beziehungsweise dazwischen Dachte ich schon, ich wäre jetzt schon in der achten Mission Stimmt aber gar nicht Schon wieder neue Gegner Ja Das sind wahrscheinlich die Vampir-Kiddies von Dracula Würde ich mal vermuten Mal wieder Nur in einer etwas anderen Form dieses Mal Äh Hallo? Ah, hier geht's weiter So Zurück in die Kinderstube So War hier vielleicht noch ein Secret? Mensch Leute, wir kommen endlich mal wieder weiter Das freut mich Ja Das freut mich sehr Das heißt, das Let's Play geht jetzt auch weiter Ich dachte echt, ich muss das abbrechen Aber nö Alles gut Weil ich wusste echt nicht mehr Wie komm Ich wusste das echt nicht mehr Wie komm ich weiter Ich wollte vor allen Dingen die Lebensenergie haben Und so weit war ja der Weg jetzt auch nicht Das ist also der Berg von Burg Frankenstein Ja? Sehe ich das richtig? Ich glaube ja Das ist das Meer so ein bisschen Jump'n'Run irgendwie Aber das soll ein Third-Person-Shooter sein tatsächlich Das war Velkan wahrscheinlich Könnte ich mir vorstellen, dass es Velkan war Oh nö, schon wie eine Höhle Sehr schön Das hat uns ein paar Glyphen gebracht Das war glaube ich ein Sarg, den wir gerade aufgebrochen haben Auch schön Was ist das schon wieder? Geil Neue Waffen Statt Doppelsäge haben wir jetzt Doppelschwerter Wie geil ist das denn? Geil Doppelschwerter Finde ich gut Vor allen Dingen durch das Gewitter sind die auch Ist das Auch einigermaßen beleuchtet Das finde ich ganz gut Aga Gäste Gäste Jetzt komme ich gerade nicht ran. Ich weiß nicht, was es da ist, aber ich komme da gerade nicht ran. Das finde ich ein bisschen doof. So, ich benutze jetzt gerade meinen Lebensauffüller. Gut, also wir haben jetzt auf jeden Fall weitere Waffen bekommen. Auf jeden Fall ist unser Arsenal schon wesentlich besser davor als damals. Wie komme ich da hin? Ich sehe gerade wieder sehr wenig. Ah, okay. Ah! Lebensauffüller gefunden. Ja, perfekt. Das passt ja. Sehr schön. Siehste, machen wir ja doch noch Fortschritt. Das freut mich. Ich habe mich gerade übrigens nicht bewegt. Ich weiß auch übrigens nicht, wie viele Missionen dieses Spiel hat. Keine Ahnung. Kann ich euch wirklich nichts sagen. Ich bin gerade mal ganz froh, dass es gerade mal keinen Kampf gibt. Ich kann mich nicht nehmen. Ja. Sehr gut. Ich bin gerade Libertall. So, das waren die Wehrwölfe. Klingenregen auf die Wehrwölfe, geil. Finde ich gut. So. Ach, hier geht's weiter, okay. Muss ich da hoch? Ja, dann muss ich hoch. Jetzt kommen wir erstaunlich gut voran, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt so gut vorankommen. Nach dieser kleinen Schwierigkeiten der Höhle. Und wie gesagt, ich hab da echt nichts gesehen. Apropos Höhle, ich glaube, jetzt kommt wieder eine. Ja, nochmal ein bisschen Lüffen eingesammelt. Also, ich wusste, dass Velkan als Wehrwolf ja dabei ist. Aber ich wusste nicht, dass man auch gegen normale Wehrwölfe kämpft. Na, was heißt normal? Gegen Wehrwölfe halt, ne? Alter, wie viele das auf einmal sind. Alter, wie viele das auf einmal sind. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin tot. Scheiße. Ich hoffe, ich muss nicht allzu weit zurücklaufen. Äh, allzu weit hinlaufen. Nö. Ach, es waren viele Wehrwölfe gerade. Sau viele Wehrwölfe. Sau 32AR after. Sau ta 14. Sau chibe. Sau. Sau 32. Sau 23. Sau 32. Sau 32. Sau 33. Sau 33. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr jetzt nicht so viel von mir hört. Bitch! Aaaaaah!